Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können es schaffen, Nick, beeilen Sie sich! Wer sind Sie? Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Einen Riesenapplaus für Jill Skadar! Was ist das? Das ist Ihr Handy. Sie geht davon aus, dass die Kamera abgeschaltet ist. Wieso tun Sie mir das an? Sie ist diejenige, die nichts besseres zu tun hat, als Leute wie Sie zu verarschen. Ich will Ihnen nur helfen, es hier einzuzahlen. Ich muss nur auf einen Knopf drücken. Sie wird alles tun, was Sie von ihr verlangen, Nick. Was wollen Sie? Schürf nicht! Nein! Wir wollen für dich arbeiten. Der Mann mit der Maske kann jede Identität annehmen. Wir sollten uns da raushalten. Parsi! Sie ist im Kofferraum. Ich habe keinen Koffer. Nein, 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 nein. Tun Sie nicht. Es wäre ein Kinderspiel, das hier der Polizei zu zeigen. Das sind die Bullen. Sie denken, du warst das. Sie wissen, wo du bist. Sie können die Kamera ausstellen. Sie können auch den Computer ausschalten. Aber vergessen Sie nicht. Sie wollten mich doch unbedingt mal sehen. Weil ich diesen Scheiß satt habe. Wie komme ich da hin? Wenn mehr als die Hälfte von Ihnen die Website umgehend verlassen, darf sie leben. Es bleiben noch zehn Sekunden. Es ist langsam Zeit, sich zu verabschieden. Vielleicht sollte ich einfach nochmal anfangen.